du musst du mir okay pass auf mal gucken was es geht wieder weiter mit der zehnfachen spawn rate herabia welt warum wir heute absolut verzweifeln das werde in diesem video erfahren falls euch das ganze gefällt gibt dem video einen daumen nach oben und abonniert diesen kanal ihr würdet mich damit riesig unterstützen und jetzt wünsche ich euch viel spaß mit dem video soll ich noch mal das auge spornen ich habe auch nur pfeile so nicht noch granaten mit granaten ja aber wie am ende hinten bitte sehr ich weiß es nicht ich bin jetzt keine jetzt kommen ganz viele jetzt kommen ganz viele 8000 leben ist gut wenn ich kann sich zurück die pd notfall und hielen auch faktor eigentlich gar nicht so schwer den zu treten ach du kacke über die fünf millionen zombies machen es nicht einfacher ja gut nacht das war's ich habe noch eine minute auf ceiling ich bin tot was wollen wir eigentlich gegen die machen es gäbe halt die möglichkeit höllenfeuer pfeiler actually ja ich baue jetzt den elevator weiter wir waren ja echt schon recht weit mit dem elevator was du schon ganz unten in der hölle das sieht mir sehr weit unten aus mit einem dynamit hier oder bist du einfach nicht runtergegangen ich bin noch nicht runtergegangen aua 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 85 schaden du hast es in die hölle geschafft oh nein warte mal oh i forgot junge oh no jeder einzelne dämon hat eine voodoo puppe was hell no ach digga ich hab's vergessen mein viech tötet ihn gleich und jede einzelne scheiß festung ist feuer ich brauche ein obsidian skull ach digga jetzt muss ich nochmal hoch oh je der einzelne scheiß dämon ah können wir nicht einfach wie viel schaden macht das explosive bunny 350 können wir nicht einfach suizid machen beim auge suizid beim auge ja so ein explosive bunny einfach ähm oder wir stellen die hasen da oben hin locken das da rein und schießen den hasen ab boah junge meinst du das funktioniert oder die kriegen keinen schaden dadurch das ist nur ein weg das rauszufinden ich tue mal beim schleim probieren wait okay wait der schleim hat ihn ganz von alleine getötet vielleicht macht das auge das auch okay wait junge wir sind was harten auf der spur das wäre crazy kann man die nicht sogar selber craften die hasen äh die dynamitkaninchen mit dynamit und und hasen ich glaube schon ich baue jetzt eine hasenstatue heavy workbench ectomist ach so ach so ich mache mich mal ans werk ach ach ja 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 sie ist er nach fliegel aus musik hat sich geändert let's go bunny statue digger ist ja auch lang genug gedauert jetzt ich place mal die helft an hause und die spawnen jetzt ok hoffen wir einfach konflikt oben rein das funktioniert aber die tötest die oder unser vogel ok ok wir brauchen viel mehr hasen alter du kannst dich auch zurück tpn und muss nicht laufen dann wäre das auch auf mir aggro ja okay ich hab mich bis runter verfolgt das scheiß wie 50 sekunden ok ok ich habe alle hasen gespawnt er ist jetzt aggro das schaffe ich nicht es sind viel zu viele zombies die jungen gucken guck dir das mal an also du siehst du musst du schon was soll ich tun auf die ganze plattform war voll mit zombies wir bauen den kleinen kasten wo wir ganz viele hasen einschmeißen und wenn das auge dann einmal da rein fährt wird es gewonnen schottet von allen hasen ja ja das funktioniert tatsächlich glaube ich hell no oh mein gott ist so lustig aber die koppelgänge sei absolut bleiben so na klar sind bei viel grapsteine bei uns in der umgebung irgendwie nice loser armee ist es du musst halt gucken dass das auge halt so viele wie möglich ich werde erst mal 50 reinwerfen von 100 dann nehmach noch 100 aber am ende fliegt da irgendwas also fliegt das auge einmal durch erwischt nicht alle und transformiert sich und dann was ist ich habe irgendwie angst das wird zwei schübe machen ja weil ich habe doch angst dass wenn wenn sich transformiert ich weiß es nicht ich kann es nicht einschätzen weil was ist wenn die hasen ich muss den klassen kann den klassen der kasten so klein machen dass wenn ein hase explodiert das auge von allen getroffen wird das ist der hasenkasten solchen schildkraft und der hasenkasten schreiben soll ich einfach hier drin bleiben und das auge hier rein locken ja nur geht es mehr kann ich nicht play sind mehr sportlich wie viele sind es 60 mussten zu mir okay pass auf mal gucken was okay okay man muss die separat pläsen also alter ich habe die augen hier gesprochen ja ist gut so passt fast ja sterbt meine sterbt ihr hässlichen let's go ja ja das funktioniert ganz okay eigentlich wenn er mir hinterher läuft der junge wenn das ding hinterher fliegt ist broken okay sterben im moment du musst bist du da also ich war gerade einen millise kündchen vom tod junge das war crazy okay halbzeit jetzt jetzt aber ich habe keine hässchen mehr okay das wird jetzt hart okay der gar weiß ich sagt neues hässchen in ihm okay okay 4000 der fucking zombie alter auch ich habe keine explotionspfeile mehr ich darf nicht im hässchen stehen alter okay er macht seine neue attacke so eine neue attacke er ist augen sporn und neue ja normalerweise ein eimer sporn ja jetzt macht das wieder naja block schüsse dann junge sohn ich muss die zombies tippen wie das aussieht aber alter ja abgesehen davon sind es meine letzten 80 jester arrows und ansonsten das bondes auge in einer minute ja noch 30 sekunden das schaffe ich nicht ja noch zählen wir noch 8 sekunden oder und 252 leben ich schieße da mit global scheiß fallen nein 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 so ich will zu verbrauchen okay weil ich spawnen wir nacht ist liga ja okay probieren wir es einfach mal ah chillig ja okay ich hoffe es kommt einfach mal bevor hier was passiert bro das auge spawnen gerade von alleine beeil dich ja die sache ist die ich habe kein häschen mehr junge ein explosions häschen oh jungen what's your step bro guck mal da wie wir den töten wie sie sollen vielleicht nicht ineinander chillen ist rum tp jünglich kack ab okay zweite form ich wünsche ich hätte noch explosions häschen junge okay wir haben auf jeden Fall ganz viel regen zombies unten oh no die sternstoffe ja tatsächlich und zu hüten ist halt legit das schwierigste alter oh shit alter oh shit ah hab ich zwei ja ein paar augen okay jetzt geht es gerade jetzt geht es gerade okay okay das war eine dumme idee ich habe noch auf mir aber ich habe eine ganz scheiß position Junge der spawnt immer welche nach seinem f*** Junge was passiert hier alter nice Junge guck mal er ist fast dead left er dash jetzt nur noch es ist in der Phase wo nur noch dash jetzt spawnt er auch nichts mehr okay aber mein ich habe voll gelogen Junge wieso spawnt er noch was was falsch mit ihm ah Junge töte ihn töte ihn nein Junge was ist mit ihm okay ich gebe mich kurz hier und du tötest ihn ne äh äh digga 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 da waren einfach Augen in der Nerf bitte ah 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 was was durch was ist er überhaupt gestorben er hat die Nerf ihn getötet das wäre so funny gewesen digga I don't f***ing know alter bro die Plattform war viel zu scheiße für den Kampf ne die Augen die Kleine die waren überall bro ich konnte legit nirgends ausweichen alter Junge wieso war das so anstrengend wie soll das mit den anderen Bossen werden wir haben einfach später herausgefunden das Auge ist einfach durch meinen Grabstein gestorben aber wie es mit den anderen Bossen sein wird das werdet ihr im nächsten Video erfahren hier ein kleiner Sneak Peek was ist hier los die Augen sieht doch ganz spaßig aus oder her 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!